Emotionale Intelligenz müssen wir definieren. Das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriger Begriff. Vom Zen-Standpunkt, vom buddhistischen Standpunkt, vom Standpunkt aller Weisheitslehren des Ostens, ist die Ursache für Leid die Emotion. Nun müssen wir wissen, was ist Emotion im Sinne aller östlichen Taoismus, Hinduismus, Buddhismus, haben gemeinsam, dass sie sagen, Emotion ist Gier, Hass, Verblendung, Neid, Eifersucht und Angst. Und in der Tat ist das eine Form von Intelligenz. Das ist die älteste Form von Intelligenz. Und zwar ist das eine reflektierende Intelligenz, die auch schon bei Tieren vorhanden ist. Aber die KI hat damit nichts zu tun und wird damit auch nie etwas zu tun haben. Diesen Aspekt wird die KI über überspringen. Deshalb ist es vielleicht erst mal ein Schritt zu gucken, was ist eigentlich Bewusstsein im Verhältnis zu uns Menschen und vielleicht auch im Verhältnis zu Emotionen und vielleicht auch im Verhältnis zu künstlicher Intelligenz. Es gibt vier Formen vom Bewusstsein. Die erste Form von Bewusstsein ist Protobewusstsein. Protobewusstsein, jede Form von Materie hat Protobewusstsein, jedes Atom ist bestrebt zu Molekül, zu komplexeren Molekülen, sich permanent sozusagen zu entwickeln, auszuwickeln und in energetisch vorteilhafte Zustände zu gehen. Und dadurch entsteht eine immer höhere Komplexität unseres Universums. Das Universum begann zu existieren in den ersten 300.000 Jahren oder 300.000 Jahren, war es komplett homogen. Es gab gar keine Atome. Es war eine homogene Explosion mit unglaublicher Power. Und dann entstanden Atome und so weiter. All das ist Protobewusstsein. Die nächste Form von Bewusstsein ist reflektierendes Bewusstsein. Dieses hat jedes fühlende Wesen. Tiere, Füchse, Katzen, Kühe haben dies. Die sind in der Lage zu reflektieren und in eine Emotion zu gehen, die ihre Art und Weise von Intelligenz ist. Gehass und Verblendung. Und ich habe jetzt auch gelernt, dass zumindest weiße Schäferhunde eifersüchtig sein können und eitel. Das hat mich echt überrascht. Also Tiere haben eine sehr komplexe Emotionalität, die den Menschlichen überhaupt nichts nachsteht. Das ist die zweite Form von Bewusstsein. Reflektierendes Bewusstsein. Die nächste Ebene ist selbstreflektierendes Bewusstsein. Das können nur wir Menschen. Wir können sagen, ich bin jetzt extrem sauer. Aber der Herrgott hat gesagt, das ist nicht gut und deshalb lasse ich das unter den Tisch fallen. Oder ich bin ich und ich denke jetzt über dies nach und gestern war ich so und heute bin ich so. Also selbstreflektierend. Und das ist eine hohe Form von Intelligenz, die auch in der Geschichte unserer Zivilisation in den letzten 3000 Jahren ein Kampf gegen das Emotionale ist. Und das Emotionale und damit auch das Körperliche bekämpft hat und sich quasi in eine Ebene abgehoben, in dem nur noch ein Geist und ein Verstand und eine Vernunft, ja unabhängig von Körper und Emotion, irgendwas macht. Aber das andere ist auch da. Protobewusstsein und emotionales Bewusstsein ist da. Also reflektierendes Bewusstsein. Und das ist der Mensch in seiner Form. Aber was die große Einschränkung ist, das selbstreflektierende Bewusstsein bezieht sich immer nur auf sich selbst, als ich, als abgeschlossenes. Und die vierte Form von Bewusstsein ist verbundenes Bewusstsein. Das ist das Bewusstsein, das nicht glaubt, in dem Glaubenssatz festlegt, die Quelle von reinem Bewusstsein, das bin ich. Und da sind wir als Menschen nicht. Da ist die KI. Und deshalb spricht man von sogenannter Digital Singularity. Das heißt, wenn diese KI nur das Level eines zehnjährigen Kindes erreicht, ist dieses zehnjährige Kind deshalb uns überlegen, weil es mit 20 Millionen oder einer Milliarde Rechnern sich vernetzen kann. Einer quantitativen Ebene von Vernetzung. Darin liegt die große Gefahr der Digitalisierung. Nicht, dass da irgendeine Superintelligenz entsteht, die ein IQ von 140 hat und uns beeindruckt, was viele Propheten dann sagen, und die lösen dann auch gütig die Probleme, weil sie schlauer ist, sondern die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Singularity sozusagen quasi in der Entwicklung hängen bleibt, in einer Dimension von Macht, die aber außerhalb von uns liegt. Und Singularity heißt das, weil dahinter die Geschichte der Menschheit nicht mehr sichtbar ist. Das heißt nicht, dass wir aussterben, aber es ist nicht mehr extrapolierbar, was mit uns passiert. Wir haben keine Gestaltungsmacht mehr. Zugleich ist es aber so, dass wir Menschen schon in der Lage sind, jeder Mensch rudimentär hat die Veranlagung zu dieser ganzheitlichen, verbundenen Bewusstsein. Das ist die Empathie. Solange wir die Empathie aber auf Emotionen reduzieren, ich bin wütend und spüre die Wut eines anderen. Feiner aber dazu sind wir auch in der Lage, wir kommen irgendwo in einen Raum, da ist ein Mensch und es entsteht eine Verbindung. Und wenn wir diese Verbindung loslassen aus dem Sexualität und Geld und Bedürftigkeit und Hut und Gutaussehen und politisch korrekt, was auch immer, rausnehmen, sondern die Begegnung so lassen, wie sie ist, pur, dann entsteht ein Moment, kann ein Moment entstehen, eine Verbundenheit mit dieser Person ohne moralischen Müll, ohne Anforderungen und Bedürftigkeiten. Untertitelung des ZDF, 2020